Oh, dicker, erstmal Eis, alter, ui, boah, geil, Karamell, oh, oh, fuck, jetzt läuft ja schon, äh, hi, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, weil ich hab ein paar technische Probleme momentan mit meinem scheiß Licht, aber ich wünsche euch trotzdem sehr viel Spaß bei dieser neuen Aufnahme, bei diesem neuen Spiel, Content Warning, das ist letztens neu rausgekommen, und ich wurde instant gefragt, ey, Lauton, willst du mit uns das Game zocken? Ich direkt, ihr kennt mich, ich zock gern, so, deswegen hab ich das Spiel auch mal gespielt, ein bisschen getestet, konnten leider nur zwei Runden spielen, und deswegen ist es auch ein bisschen kürzer, die Folge, aber na, egal, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge, lasst ein Like und ein Abo da, und wir sehen uns beim nächsten Video, und wenn euch so ein Content gefällt, dann, dann schreibt gern, oh, oh mein Gott, dieser Voice, und ihr könnt natürlich auch Spielverschläge machen, naja, ich red jetzt einfach nicht mehr weiter, viel Spaß mit dem Video, äh, was soll ich hier machen, weil ich hab nämlich grad einen Ordner gefunden, äh, Freunde, weiß nicht, äh, eh, Gott! Alter, was sind das für eine Dingens? Sals, das ist mein Gesicht? Der ist weiß. Hey, wie mach ich denn das? Warte mal kurz. Dicke, der Typ, sieht mies verstört aus. Seitdem kannst du das Tränen und größere Teile machen. Oder deine Farbe ändern. Perfekt. Ich bin Pinky. Packfisch, ich bin Pinky, bis Blau kommt. Packfisch, wie seh ich aus? Ah, was sind das hier? Runter in die alte Welt. Etwas gruseliges Filmen, das auf Spooktube hochladen. Berühmt werden. Bruno, der Kameramann. Ja, ich bin grad auch mal überlegen, wie das jetzt geht. Nehm ich jetzt auf? Mach doch nicht an, mach doch nicht an. Du willst schnell eine Batterie. Wenn du zwölf bist, du musst Sachen aufnehmen, alles. Aber halt am meisten... Und wie komm ich wieder hoch? Wie funktioniert das mal, wie das scheiß Game funktioniert? Okay. Schüler, aufgepasst. Ja, Papi. Wir haben hier vier Taschenlampen und eine Kamera. Ne, Taschenlampe hab ich nicht gefunden. Ah, hier. Ja? Ne, egal. Auf jeden Fall der Kameramann, der muss alles aufnehmen. Den ganzen Quatsch. Aber der hat nur bisschen Batterie. Und wenn die alles, dann gibt's keine neue Kamera. Also muss dann der Kameramann, der muss Monster und sowas aufnehmen. Und Tote, wenn jemand drauf geht. Oder Gegenstände. Liegen manchmal so Knochen und sowas rum. Die muss man so filmen, also so drauffilmen. Und dann... Da kann man sich dann Sachen holen, da drüben. Ah, hier kann man sich... Leer. Ich schwöre McDonalds einfach. Boah, Chicken Nuggets. Hier rein. Hier? Bar rein. Wie geht man dann wieder hoch? Weil... Ich weiß, dass wir jetzt irgendwie runter... Boah, Digga. Ich krieg ja ein bisschen Gänsehaut, Digga. Ich hab jetzt schon Angst... Oh. What the fuck? Das ist das beste Joghurt, was du jemals gegessen hast, also. Oh Gott. Was isst das, Digga? Was ist das, Digga? Ja, es gibt keinen Falscher. Wie lebt man? Ey Digga, Jungs, ich bin euch ganz ehrlich. Ich hab grad mies Schiss. Also jetzt für den Relief, ne? Weil ich... ich hasse sowas, wenn... wenn's Spiele sind, die ich noch nie gespielt hab. Wie erfüll ich. Wie geht das Spiel auch nicht? Wie geht das Spiel auch nicht? Wie geht das Spiel auch nicht? Was war das? Nicht in diese Dinger hier reinlaufen. Da liegst du oder so. Weih. Gibt's irgendwie Jumpscares eigentlich auch? Ich hab's... Weiß nicht, ich denke nicht. Ich hab's... Äh... 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 Komm, 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 komm. Nimm's auf, nimm's auf, nimm's auf. Nimm das alles auf. Nimm's auf, nimm's auf, nimm's auf, nimm's auf. Nimm das auch auf, nimm's auf ... Nimm's auf, nimm's auf, nimm's auf, nimm's auf. Ich bin euch ehrlich. Ich bin euch ehrlich. Würde ich das Game jetzt grad das erste Mal spielen, nimm's? Wird's nicht checken. Also alleine... Ich würd's... Ich würd' zu viel Schiss bekommen. Ich würd mir die Wurste scheißen. Wirbelsäule. Ich habe eine Wirbelsäule. Scheiße. 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 Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Wohin? 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 Kann man durch die Spinnennetzte nicht rein, oder was? Nein, nein, nein. Also du wirst eine Menge stecken und dann... Ja, dann lass einfach schnell durch. Wie? Kommt man da gar nicht raus? Nicht? Kommt man da gar nicht raus? Junge, ich dachte, man bleibt da nur stecken kurz. Nee, ich komme doch durch. Nee, komme ich nicht. Jungs, ich bin durch. Oh. Scheiße. Wo müssen wir denn hin, Mann? Hier unten wahrscheinlich. Woher sind wir denn hergekommen? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, was ist das? Was? Das ist wie Coilhead. Die hat mein Game hängt. Der Oxygen geht raus. Nein. Was? Wie kommt's? Ach, F*** ich doch. Eine Minute, 37 Sekunden später. Aua. Bin gestorben. Verschaue. Verschaue. Na, wir sind hier. Doch, wir sind hier. Wir sind da. Da rein. Wollt ihr ja hier? Und dann nach vorne, oder? Ja. Ja, ich geh wieder raus. Und wenns? Irgendwann später. Ja. Ich geh mit schuld. Äh. Dieb ist du noch am Leben. Warum? Ja, da. Nomi ist verreckt, oder? Ja, kommt hier rein. Wo ist eigentlich Nomi? Sag mal sch... Die ist gestorben. Ha? Sie ist verreckt an was? Stecken, wo ich sah, und auseinander empfieh. Kann man hier rein tun. Wie? F***. Äh, mit Q rein tun. Ja? Irgendwie... Wie das jetzt kommt? Wie jetzt sonst? Also, mach doch nicht an. Mach doch nicht an, dass du... Stark. Ja. Ja, es gibt keinen falscher. Schau. Ja, der hat ja schon 500 Aufrufen. Aha. Jo. Äh... 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 Ist das laut an Youtube? Ich hab's gebraucht. Was ist das? Ja, das ist das laut. Ich hab's gebraucht. Äh... Dach. Er hat alles gebraucht. Wie langeleben muss es, Glock, man sieht aus. Gut. Ich bin aus. Ich bin aus, ich bin aus. Glock, man kann aus. Es ist zu karte, man would mir das Ganze. Vielen Dank.